Hallo und herzlich willkommen zu VoiceOver Cars. Mensch, eine neue Woche, ein neues Glück und diese Woche fahren wir Pick-Up Mitsubishi L200, um ganz genau zu sein. Kommen wir direkt mal zu den Abmessungen. Das Fahrzeug ist 5,30 Meter lang und verfügt über einen Radstand und der wird gemessen von Radmitte bis zu Radmitte von genau 3 Meter. Das kann sich doch sehen lassen. Der Pick-Up-Markt in Deutschland ist ja schon tatsächlich auch schon ein bisschen hart umkämpft. Der Markt ist nicht ganz so groß, aber dennoch, wir haben zum Beispiel den Nissan Navara oder die darauf basierende Mercedes-Benz X-Klasse. Wir haben natürlich auch den Ford Ranger, den Toyota Hilux oder aber auch den Volkswagen Amarok. Und mit denen muss er sich natürlich messen und da tritt er einfach in, ja, da tritt er gegen an, in das Duell gegen diese anderen Pick-Ups. Und deswegen, der L200, der basiert auf seinem eigenen Vorgänger, aber 51 Prozent der Teile sollen neu sein. Sagt zumindest mit Subishi. Aber wenn ich hier von außen so gucke, da oben, da sehe ich so ein Relikt aus den 90er Jahren, zumindest die Dachantenne. Die Höhe, die wird ja immer angegeben ohne die Dachantenne. Das Relikt der 90er Jahre da oben. 1,78, das ist der höchste Punkt. Der dürfte hier wahrscheinlich sein mit der Dachantenne, wenn es ein paar Zentimeter wäre. In einem Parkhaus mit 1,90 Höhe war ich drin. Das wird dann schon ein bisschen knapp da oben, aber die Antenne kann man zur Not auch noch ein bisschen weiter anlegen, nicht wahr? Inklusive Außenspiegel ist das Fahrzeug 2,15 Meter breit. Dürfte also auch auf die linken Spuren, auf der Autobahn, wenn da eine Baustelle ist. Aber ganz ehrlich, auf der Autobahn, da fühlt er sich doch gar nicht so wohl, oder? Also meiner Meinung nach nicht. Wir haben vorne Scheibenbremsen, die sind auch ein bisschen vergrößert. Vorne auch klassische Federbeine. An der Hinterachse haben wir Blattfedern, sechslagig und Trommelbremsen tatsächlich. Ja, ob das so gut ist, das erfahrt ihr spätestens beim Fahreindruck. Sofort ins Auge sticht natürlich die neue Front. LED-Scheinwerfer, klassische Leuchtmittel tatsächlich noch bei den Blinkern und bei den anderen Scheinwerfern hier drunter. Aber LED-Scheinwerfer hier oben und auch eine schöne Lichtsignatur eigentlich so vom Tagfahrlicht bzw. vom Standlicht. Scheinwerfer, Reinigungsanlage haben wir auch. Ansonsten haben wir hier das Mitsubishi-Logo und hier vorne ist eine Kamera versteckt. Das bedeutet natürlich 360-Grad-Kamera. Natürlich haben wir hier. Kennzeichen, ist ganz schön hoch, ne? Macht natürlich auch Sinn, denn wir haben eine Warttiefe von 50 Zentimetern. 500 Millimeter genau. Und jetzt bekommt ihr von mir nochmal ein paar weitere Offroad-Werte um die Ohren gehauen. Aber weil sich das natürlich nicht jeder merken kann und ich schon gar nicht, habe ich wieder meinen digitalen Spickzettel hier. Also was haben wir denn? Wir haben eine Watttiefe von 50 Zentimeter, habe ich gesagt. Kippwinkel 45 Grad, 70 Prozent Steigfähigkeit. Allradantrieb ist klar. Hinterachse sperrbar. Rampenwinkel von 24 Grad, Böschungswinkel vorne 30 Grad, hinten sind 22 Grad und eine Bodenfreiheit von 20,5 Zentimeter. Und das kann sich doch definitiv sehen lassen, meiner Meinung nach. Sehen lassen kann sich auch definitiv meiner Meinung nach die Optik an der Front. Ich mag das auch mit den Sicken hier. Und wir machen jetzt schon mal ganz schnell den Scheibenwischertest. Das geht auch. Wir haben hier auch so Aero-Wischer, Anbrennsdruck, der passt. Also optisch kann sich das hier definitiv sehen lassen. Und jetzt schauen wir uns mal die Felgen an. Ja, viel kleiner hätten sie nicht sein dürfen. Oder 18 Zoller. Hier bereibt auf Dunlop AT20. Ein bisschen grobstolligeres Profil. Natürlich hier auch ein bisschen stabiler an der Seite. Gemacht für das Offroad-Gelände, nicht wahr? Wir haben hier unten Trittstufen. Da freue ich mich sehr drüber, denn ich bin ja recht klein. Ihr seht das schon. Ich bin 1,75. Das Auto ist größer als ich. Wir haben große Außenspiegel hier. Noch mal ein bisschen Chrom dabei. Auch hier Chrom. Und hier ist die Taste zum Öffnen, denn wir haben hier Keyless Go tatsächlich. Ein bisschen Luxus zieht hier auch ein. Und ab der B-Säule verdunkelte Scheiben hinten. Hier hinten ist kein Griff, aber guckt mal, was wir hier haben. Wir haben hier die Kraft der zwei Tankklappen. Und was sich dahinter verbirgt, das zeige ich euch jetzt. Ja, doch vorher muss ich natürlich auch wieder diese Tankklappe öffnen. Dafür öffne ich die Tür, ziehe den Hebel und siehe da, Tankklappe 1 geht auf und da kann ich den 75 Liter großen Dieseltank befüllen. Ja, und dann habe ich da noch einen Hebel. Add Blue. Ziehe ich da auch mal dran, öffnet sich die zweite Tankklappe und da kann ich dann Add Blue nachtanken. Warum man das über diese zwei Tankklappenlösungen gemacht hat, das weiß ich nicht. Mich stört es optisch jetzt auch nicht so, ob ich da jetzt eine Klappe habe oder zwei. Ich finde es aber ganz witzig. Und vor allem finde ich tatsächlich, hier kann man auch mal ganz schön sehen, dass sie sich in Thailand ganz schön viel Mühe geben, auch was Spaltmaße sowas betrifft. Obwohl wir hier ein Nutzfahrzeug haben, da haben die sich wirklich Mühe gegeben. Das finde ich gut. Und diese großen Bauteile hier, dieses Bauteil ist ja ein komplettes Bauteil, ist dreidimensional gefertigt. Man könnte schon fast sagen, also wenn das ein Audi wäre, dann würden wir sagen, wir betonen hier den Allradantrieb auf der Hinterachse. Der hat hier richtig einen Stenz, wenn man sich das von der Seite mal anguckt. Ist hier natürlich nicht der Fall, sondern hier geht es eher um die Freigängigkeit, die natürlich hier geschaffen werden muss. Wie gesagt, auch hinten die großen 18 Zoller drauf, dahinter sechslagige Plattfedern. Und die sorgen natürlich hier bei diesem Fahrzeug auch dafür, dass wir eine hohe Zuladung haben. Nämlich über einer Tonne kann ich hier zuladen tatsächlich. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum Heckdesign. Wir haben klassische Rückleuchten, beziehungsweise mit ganz herkömmlichen Leuchtmitteln. Eine relativ stabile Stoßstange, zumindest hier drunter nochmal ein richtiger Träger, der auch nochmal richtig was abkann. Hier sind die Parkpiepser. Anhängerkupplung haben wir natürlich auch, da kommen wir noch zu. Hier ungeschützt eine Rückfahrkamera. Hier ist der Griff quasi für die Heckklappe. Dritte Bremsleuchte integriert und der L200-Schriftzug hier. Ja. Vielmehr bleibt doch da gar nichts zu sagen, oder? Zur Optik. Oder was meint ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare, lasst uns gemeinsam diskutieren. Denn wir starten ja erst die L200-Woche. Heute ein bisschen Design, ein bisschen Abmessung. Morgen ein Blick unter die Motorhaube. Da gibt es nämlich ganz schön viel Neues. Dann Mittwoch steigen wir ein, vorne hinten. Donnerstag zeige ich euch ein bisschen was über die Ladefläche. Und Freitag gibt es von mir Fahreindruck und Fazit. Das war es für heute. Das war Wolfsower Cars. Ihr wisst es, Wolfsower Cars ist und bleibt keine Einbahnstraße. Deswegen immer schön kommentieren. Und falls noch nicht geschehen, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch ein Like da lasst. Und vor allem ein Abo. Denn momentan schauen tatsächlich 92% aller Zuschauer, die haben gar kein Abo bei mir. Finde ich ein bisschen traurig. Können wir mal gemeinsam dran arbeiten. Würde ich mich wahnsinnig freuen. Also bis zum nächsten Video. Euer Jens. Ciao. Dann呀. Dann. Dann. Untertitelung des ZDF, 2020